Der Sänger, Entertainer und Moderator Gunther Emmerlich wurde am Dienstag in Schifferstadt mit dem 28. Saumagenorden der Karneval- und Tanzsportgesellschaft Schlotte ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die Ordnungsträgerin des Vorjahres. Als der erste Kontakt hergestellt wurde, habe ich gedacht, die wollen dich veralbern. Gibt es ja sowas. Hätte ja sein können. Aber ich weiß mittlerweile, dass ich namhafte Vorgänger habe. Ich bin natürlich dadurch, dass ich Fußballfan von Kindesbeinen an bin, dass ich mal in einem Ordenskolleg bin mit Fritz Walter, wenn mir das einer an der Wiege gesagt hätte. Unglaublich. Emmerlich erhielt den Orden für seine Musik, aber auch für sein Engagement für den Denkmalschutz und die Carreras Stiftung. Ein Faktor war auch, dass Emmerlich die Rolle des Johannes Gutenberg im gleichnamigen Musical in Mainz übernommen hat. Auf der Bühne steht er dort übrigens neben Margit Sponheimer und Helmut Markwort, die ebenfalls einen Saumagenorden haben. Der Herr Markwort, der ja auch den Saumagenorden verdienen bekam, der hat gesagt, du kannst dich schon deswegen auf die Ordensverleihung freuen, weil die singen ja so ein herrliches Lied. Und da hat er mir das immer mal vorgesungen mit seinen Möglichkeiten. Wenn der Frühling kommt, dann pflanzen wir, rett' ich ins Schifferstadt. Hinter jedem Haus, vor jeder Tür, rett' ich ins Schifferstadt. Und die ganze Welt, sie hat bestellt, rett' ich aus Schifferstadt. Es gibt große, es gibt kleine, es gibt Schafe und auch feine. Ja, in jeder deutschen Stadt hält man Rettich aus Schifferstadt.